ja update 27 punkt 2 ist raus es gab einige neuerungen und ein absolutes highlight für mich wirklich ihr spielkinder das müssen wir uns gemeinsam anschauen ich lese es euch vor jetzt gucken wir mal balloons td6 version 20 27 zwei update hinweise erstens boss hp zeigt beim durchspielen der todesanimation keine zahlen über null an bosse führen dazu dass du verlierst wenn dir die runden ausgehen um sie zu besiegen während sie ihre todesanimation spielen der punkt 3 es werden eine ausnahme wo es wurde eine ausnahme die bei boss musik auftreten konnte und hier es wurde ein problem behoben bei dem einige anmeldemethoden für einige geräte nicht mehr funktionieren gut es wurde ein problem behoben das dazu führte dass die plattform of sanctuary in modi die erste runde begannen falsch waren aha das stimmt da war einiges falsch es wurde ein absturz behobener auftrat und wenn techbot versuchte den turm zu übertanken der bereits ein vollbild geopfert wurde beachten sie dass dieses nicht rückbilden für bestehende spielstände gilt aha in einigen fällen wurde ein problem behoben bei dem brickels city belohnt nicht mehr angreifen konnten nachdem ein spielstand neu geladen wurde es wurde ein problem behoben bei dem odyssey nicht die standardbeiträge von affengeld jede karte vergangen es wurde ein problem behoben mit den fehlenden schaltflächen zum folgen oder endfolgen in dem benutzerprofil behoben ist sehr gut jetzt kommt jetzt kommt es wurde ein problem behoben bei dem der erfolg fingerschnitten nicht funktioniert yes ihr kennt mein video über die data strategie wurde snap of a finger mit dem fingerschnitten das scheint behoben worden zu sein wir schauen uns das später an weiter es wurde ein problem behoben bei dem level ups verschiedene soft logs verursachen wenn sie zur falschen zeit auftragen weiter ein absturz wurde behoben der unter bestimmten bedingungen auftreten konnte wenn die sie im level aufstieg jetzt einige probleme mit der bildrad auf endet wurden behoben einige bestehende probleme mit jagen auf projektieren wurden die von dart monkey paragon hervorgehoben wurden jetzt das war freaky und nicht funktionieren informationsschaltfläche aus paragon updates entfernt vielen dank dafür und einige seltene kleine probleme super gemacht ninja kiwi man sieht ihr arbeitet mit der community vielen dank dafür vielen dank fürs zuschauen und sitz hier ob das jetzt wirklich funktioniert wurde snap auf den fingern mit dem schnippen fingerschnitten ob man dieses jetzt kriegt wir versuchen es gleich bis dann